so jetzt wieder eine hoffentlich normale folge wo nicht direkt wieder alles ab brennt gott alter hey bei meiner main test server ich habe ja wie gesagt ich habe zwei server online german main test oder ja doch german main clone server heißt er da habe ich praktisch auch das deaktiviert und hat deswegen jetzt hier bei dem spiel reichvertragen gibt es geht die sonne unter ich fick meine ich sag lieber nicht hallo und hat das jetzt gerade gar nicht gedacht hat sich der jetzt hier auch machen muss mit dem deaktivieren ach du scheiße ach dann war es doch ein creeper der zerstört nur nichts habe ich das deaktiviert ich bin verwirrt oh danke digga wieso fickt er mich brot ich habe keinen brot mehr scheiße coca chicken haha kommt ja wie gerufen wow ach so hat er spaltet er hatte gerade schon bringt mir gerade mal ein halbes brot aber eben ich habe gerade bei der lebensart her geguckt du kommst her an dir das jetzt meine 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 wut aus scheiß arschlöcher hier alle krank vollidioten ja alles hier normal jetzt einmal links und rechts und vorn und hinten hier trauerspiel ist das ja kriegt der kriegst ja tollwut kriegst du daher stecke ich nächstes mal kopf über den sand ich meine scheiß bfg raus ja dann wird mal ein bisschen battlewärm aufgelegt ja demokratie ich mache gleich meine wohlwollende diktatur mache ich ja er wird auf jeden scheiß rechner rund um den planet hier erst mal linux installiert danke auch genau das meer ich will mehr mehr bis weg zu machen einfach so ein gärtner der scheiße einfach mal so gärtner der einfach nur ein baum also praktisch in so ein baum die spirale rein hämmert und sich das hat dann praktisch nach oben was soll ein arsch hier ich bin nicht geduldet einfach so eine spirale also so eine wendeltreppe in den baum drehen sich dann damit immer hochklettert müsste man eigentlich mal bei diesem baumhaus machen kommt bestimmt geil machen reicht eine oder mache ich mir sicher sagt ich mache ich jetzt einfach rechts zwei kommt ganz ehrlich wir haben sehr dicke wo doch nicht kommen das war ein winkt des schicksals eine muss reichen hallo das ist nicht so schlimm aus aber von weitem sieht der bomb ist echt ein bisschen verpackt aus und da ging es relativ schnell wenn auch schmerzhaft aber hoch ist ja hier echt ein kriegelei er kommt der kommt kommt ich schaffe das ihr müsst ihr müsst nur mich glauben jawohl ich habe es geschafft ich habe den merker klugend das beweist 1 auch naturschützer haben einen schweren job mindestens bin ich jetzt nach oben in der krone angekommen das kriselmann kleine krone aber hallo danke ach gott einmal dieses holz hacken hier ja das ist ja jetzt zum meule melken jetzt das ja ja Jetzt werden wir hier mal wieder in die Mitte gehen, das können wir hier einmal immer schön noch rund gehen, und gehen, und gehen, und gehen, und gehen, und gehen, und gehen, wem dabei schwindelig wird, ist nicht meine schuld. Alles weg hier, alles muss weg, Sonnachschutzverkauf hier. Jawohl, 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 ach du Scheiße, jetzt reißt du langsam hier, kommst jetzt hier mal, kommst du jetzt hier aber mal hier, kommst du? Ah, danke. Es wirks doch noch, dass du meine Beete kaputt machst, hättest du dir wohl gerne, ne? Kleines Stück Scheiße, du, du kommst weg, du kommst auch weg, ich hab drei Eimer, wovon, ach ja, von der Eimer. Danke, danke, äh, bitte, bitte, danke, 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 und so, und so. Ja, aber dann würde ich die Samen, die ich da reingepullert habe, quasi einfach verlieren. Und das wäre relativ dumm. Wow! Was auch immer das war, ich habe keine Ahnung, ich kann für gar nichts, es ist nicht meine Schuld. Bitte hört auf, mich so anzugucken. Please double it, I don't like it. Ähm, kann ich in eine Wendelzippe rein wendeln, ohne dass die vorhandenen Dinger dabei geschädigt werden. Weißt du was, ich mach, ähm, ich muss eigentlich nur bis hier hinkommen. Genau, der kam schon mal raus, das heißt, ich brauch nur bis da hinkommen, dann kann ich hier noch Dinge machen und dann passt das, ha! Äh, genius! I am so fucking awesome. Digga, ich werde baumfäller. Hab studiert. Werde ich später dann einfach in meine Bewerbung schreiben. Ja, erst 10 Jahre Schule, dann so genau 0 Jahre Ausbildung, aber 5 Jahre Mindtest gespielt. Da diese Ausbildung Deluxe, das ist wie als wenn ein Atomphysiker in einer Atombombe geboren worden wäre. Das ist quasi Know-how aus der Tube. Das ist die Ausbildung. 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 Oh mein Gott, immer weiter auf der Leiter, aber wir müssen ja gleich an der Krone sein, ja eh, das hieß ja bereits die Krone, ha, vielleicht wieder geschafft, jawoll, da kommt Licht, ins Dunkel, ins Dunkel, yay, Geronimo, ah, mein Axt ist auch schon wieder lidiert, oh, das heißt, er sieht auch wieder runter, oh mein Gott, ach, wirst du warten, ey, wenn die Hacke, äh, wenn die Hacke, also das Hackebeil hier, äh, Geist aufgibt, ne, dann mach ich einfach den Rest mit der Handkante, uah, du Scheiße, hehe, das war so nicht geplant, wow, Alter, warum flackert das hier so, geht mir jetzt hier meine Arbeit, äh, meine Arbeit, ich möchte dazu neige, oder, möchte ich meinen Test testen, hehehe, nein, ich war nur so jung, scheiß lassen, ah, ich doch nicht, das ist schon jetzt noch Holz, also, da ist Holz, aber ich hatte jetzt noch, als fester Block, quasi blockiert, oh Gott, das hat doch länger, als ich dachte, habe ich doch noch einen Beil, oder, wirklich nicht, äh, das Problem ist, wenn ich jetzt reinrennen, würde mir noch einen Beil bauen, würde ich länger brauchen, als ich jetzt hier viel mehr brauche, denke ich jetzt, ist es einfach mal so, so, na komm, äh, warte, die sind immer noch nicht fertig hier, können wir mal hin, hier ist einer fertig, dankeschön, perfekt, so, dann erstmal hier alles einsammeln, ne, so, dann müssen wir hier nur noch warten, bis die ganzen Dinger fertig sind, dass wir die auch abernten können, und dann können wir abernten, können wir dann, so, warte, die weg, machen wir mal die hier weg, machen wir mal die hier weg, machen wir mal auch, die hier weg, oh Gott, tada, ach, hör mir nicht hin, jetzt wird ja wieder dunkel, ja, kommen wir gleich wieder hier, die Schattenkrieger, ja, auch Creeper genannt, komm, komm komm, komm komm, komm儿, trau dich, trau dich, du, ich krieg' dich sowieso, kannste machen, was du willst, Ellis? Ja, skucke erst mal, ob das, ob das dich, auf der d ocasiste L 주ré剛剛, hier etwas mehricide knock-up-up-up-woar-up-up-up-up-up-up, k semantic-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up Theatre-us. dieses Feld langsam wieder regeneriert oder ob der für immer so ein Color Fleck bleibt, aber ich glaube mal, ja doch, hier bleibt ein Color Fleck, für immer und ewig, na super, leckt mich doch, kein Respekt mehr, ja, das ist ja wirklich für ein schönen großer Baum, der sieht ja schon fast nice aus, gut, ähm, danke sehr Dankeschön, oh, da habe ich gerade ein bisschen zu viel aufgeerntet, Nein, dieser scheiß Schwein, ey, Hallo, danke, So, das bisschen Kakao pflanze ich hier noch ab und dann, irgendwie fixe ich es gar nicht mehr. Du wirst erwarten kaum, du kommst ab, dann mache ich Chiros am besten den ersten offiziellen Stamm. Achso, halt, ne, der muss dranbleiben. Hä, glaube ich, wie soll ich das jetzt hier mit der Haut? Oder muss der Stamm komplett sein, damit die Dinger wachsen? Das ist ja natürlich, kann ich mir erstens nicht vorstellen und zweitens wäre das Kacke, wäre das. Du, mein lieber Freund, du bist jetzt hier, danke, unerwünscht. Gut, nichtsdestotrotz, ich werde mir überlegen, ob ich jetzt hier rausfinde, einfach den ersten machen, mache. Ach komm, wir saßen, hier, bap, bap. So, das war, das ist, das ist Bullshit. Ah, 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 nein. Ah. So, genau so ist es nämlich gedacht. Hatte immer so eine kleine, jetzt reicht es mir langsam hier. Immer so eine kleine Dinger. Wow. Ich schaffe es. Wow, natürlich, genau falsch. Anliebsten sicher zu sterben. Habe ich noch Sand? Ich habe natürlich keinen Sand. Ihr wollt mich doch jetzt gerade hier... Geduldsfaden. Ende. Weiter. Danke. So, so sollen die Dinger später aussehen und so, da kann man nämlich hier immer schön die, ähm, Samen außen drum rum machen. Also dann, ich glaub, ich friss mein... Ich hab mir alle, ja, ist ja nicht mehr normal, so, 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 da, 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 weg. Alle, warum sind hier so viele Schweine? Das ist doch eine Schweinerei hier. So, 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 so. So, 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 so. Und genau vor diesen Zylinderarten werde ich hier ein paar aufstellen. Also, so, 2, 3, 5, 800. Weiß nicht. Obwohl es reichen 2. Oder 8. Oder 28. Oder 820. Oder 820. So, so, mal gucken. So, der erste steht auf jeden Fall schon mal. Und da soll es dann erstmal mit der Folge gewesen sein. Hat garantiert sowieso schon mit der Überlänge. Okay. Macht Sinn. Ich fäcke deine Oma. Wieso kommen die hier durch? Was ist hier los? Der muss zu sterben. Weißt du? Die kommen auch noch direkt... Die kommen auch noch freiwillig an, um zu sterben. Aber quieken dann rum. Oh. Gut, ich endlich dann bis gleich mal. Dann verbrauchte ich den Platz. Dankeschön. Habe ich hier noch was gekochtes, gegucktes... Ich mach lieber nicht weiter. So, die Dinger... Egal, komm, ich mach jetzt hier auffeiern. Vorher mach ich am besten noch, weil es mir draußen die Kratschen wieder über in der Hand nimmt. mit Clear Objects. So. Dann wird mal morgen... ...sieht man sich dann auch schon bald wieder. Ciao mit V.